Ich schlage der Schweizer Armee ein zeitgenössisches Manöver vor. Inhalt? Frankreich ist wegen schlechtester Staatsführung in eine tiefe Krise gerutscht und in mehrere Kleinstaaten zerfallen. Einer davon? Auf dem Gebiet des französischen Juras macht die reiche Schweiz für seine prekäre finanzielle Situation verantwortlich. Die paramilitärische Brigade de Dichon will mit Attentaten in der Schweiz den Schuldenerlasser zwingen. Die Schweizer Armee antwortet, ein solches Manöver sei zwar völlig angebracht und auch realistisch, man traue sich aber nicht, so etwas durchzuführen. Ein Mensch, der sich mit Identität beschäftigt, arbeitet auch mit seinem Innen, nicht nur mit seinem Außen. Er nimmt sein Innen und bringt damit seine Geschichte nach Außen. Und hat als Mensch dann Pause. Das ist schön. Viele Menschen haben eine schwierige Kindheit, einen bösen Vater, eine Schlange von Mutter, wurden von den Nachbarskindern gehänselt wegen ihrer abstehenden Ohren. Aber nur, weil die Mutter einen krummen Rücken hatte, der Vater Alkoholiker war und einem einmal eine Katze auf den Kopf geschissen hat, Als man drei Jahre alt war und friedlich im Kinderbettchen schlief, muss man doch keinen solchen Eiertanz vorführen. Ich gehe in einen Supermarkt und beobachte Menschen. Nach ein paar Stunden kommt eine koreanische Familie und sagt, wir gehen hier auch oft spazieren. Mein Aufenthalt im Supermarkt besteht nicht aus Spazieren, sondern ausschließlich aus Warten. Mein Rekord liegt bei zehn Stunden Aufenthalt, ohne etwas zu kaufen, bevor mich der Sicherheitsbeauftragte gefragt hat, ob ich nichts kaufen möchte. Ich habe dann etwas gekauft und dann habe ich ihn gefragt, ob er mit mir rauskomme. Wir haben draußen den kleinen Kassenzettel angezündet. Ich ließ ihn halb abbrennen und legte ihn dann in meine Hand. Ich fragte den Sicherheitsbeauftragten, ob er den abgebrannten Zettel deuten möchte. Er sah tote Menschen und eine lebendige Maus. Ich sehe die bessere Welt vor mir. Ich kapiere nicht, wie ich das gemacht habe. Wer ein Image hat, sollte es schädigen wollen. Ein Esoterikladenbesitzer hat in seinem Schaufenster Beispiele seines Schaffens ausgestellt. Teenager, die auf Motorrollern Freitagabends durch die Innenstadt fuhren, wurden von diesen Energiesteinen magisch angezogen und mindestens zehn landeten Kopf voran im Schaufenster. Dass alle sturzbetrunken waren, wollte niemand wahrhaben. Der Esoterikladenbesitzer musste seine Geschäftstätigkeit schließlich niederlegen und wurde aus dem Dorf gemobbt. Fußnote 46 Die Teenager mussten zuvor alle die Werkstätten ihrer Chefs sauber machen. Danach mussten sie viel trinken und mehrfach erbrechen. Am Samstagmorgen sind alle Teenager wieder nüchtern und wiederholen das Freitagabendprogramm begeistert. Am Montagmorgen folgt für alle das Drama. Es weckt wieder Mama. 171 Eine Familie Die Welt, die Skizze, das Bild Das Selbst, die Ruhe, die Kopie Die Mutter, die Ruhe, das Kissen Das Haar, die Frage, der Augenblick Die Decke, die Hand, die Verhärtung, das Missfallen Der Zwang, der Bauch, der Schenkel Der Körper, der Finger Der Vater Die Zunge Die Erlösung Die Liebe, die Mutter, die Stille, der Vater Der Nachbar Der Sonntagnachmittag Die Mutter, das Gras, der Fleck, der Vater Die Sauberkeit, die Mutter Der Bauch, die Anspannung, der Gürtel Der Gürtel Das Unheil, die Scham, die Blöße, die Mutter Das Kind, die Familie, das Glück Die Bedürftigkeit, der Trotz, das Elend, das Kind Die Vollendung, die Eltern Die Rollen Das Kind Der Trugschluss Das Kind Die Familie, das wütende Kind Die Zerstörung, die Wiedergutmachung Die Abrechnung, das politische Gedankengut des Onkels, der immer schon am rechtsradikalen Gedankengut gearbeitet hat Immer schon weitergemacht hat Und das Universum Wird ein fürchterlicher Knall folgen Dann wird es Steine regnen Und eine Druckwelle wird viele Fensterscheiben zerstören Und danach wird vieles anders sein Aber das Urwerk-Universum Das wird weiter dick 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 So Ich sehe die bessere Welt vor mir Ich kapiere nur nicht, wie ich das gemacht habe Es kann vorkommen, dass einer über die Welt redet Aber eigentlich immer nur sich selber sieht Und dann meint, das sei die Welt Je nachdem, wer das ist, kann das durchaus interessant sein